Ka-wum! Wieder ein Knaller-Sortiment von Fünke. Ein schönes Sortiment. Mit Funke Böller D und Super 2. Funke Böller D? Ja, da macht Tim schon direkt Auge hier. Immer, meinst du? Wollen wir das so machen wie eben? Ja, gehen wir hin. 2018er Charge. Wir drehen jetzt. Achso. Ja, mach den erst weg. Oder dir einen Nachgang. Das ist eigentlich so Fotobomben. Ja, das wäre schon. Achso. Ja. Ist da. Boah. 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 Wir haben mich aber auch was. Das ist aber nicht Teil des Sortiments. Doch. Ach, Alter. Wollte, dass er so in der Luft dann abhebt. Er ist jetzt hier ausgegangen. Was soll ich denn scheiße? Ich hab ihn schon. Moment. Good Job. Super 2. Jetzt ist er wieder weg. Ist mir egal. Bleibt mir für uns. Krisch dich. Oh. Jetzt. Du musst sie gleich mal in eine andere Richtung dahinten stellen, oder? Boah. Boah. Was ist das? Ja. Ja. Ja, ja. Oh, es schmeckt gut jetzt. Super 2. Weiter im Programm, als wäre nichts gewesen. Du hast duschen. Ich gehe heute Nacht nicht duschen. Ich gehe heute Nacht nicht duschen. Ich gehe zünden. Du wüsstest. Nein, nee. Also wenn ich halt nicht reinkomme, ich komme mir erst heute Nacht um 2 oder so halb. Ja, dann kann man duschen. Ja, da ist noch einen. Boah. Boah. Das war okay. Was ist gekommen? Ja, ich bin auch gekommen. Ich auch. Da kommt nur was von Offcam reingeflogen. Ja, Offcam. Ich schwimmen auf noch ein bisschen weiter. Ich habe noch nie mit Sonnenbrille gebrillert. Das ist auch interessant. Ja. Ja.